Musik Erntefrisch, was das Bikot bedeutet, zeigen wir Ihnen heute am Beispiel der Schweizer Tomaten. Das sind die schönen Tomatengärten, sorgfältig gepflegt mit viel Mühe und Erfahrung. Denn das Tomatenpflanzen ist hier noch Familientradition, die beste Garantie für höchste Qualität. Sorgfältig werden die Tomaten abgelesen, wenn sie die richtige Reife haben. Tomaten werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Gobe kontrolliert und verlesen und auf Bürsten schonend gereinigt. Dann werden sie vorhand sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in Ihrem Gobe-Laden. Sie sehen, die Erntefrische Qualität bei Gobe bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit. Denn auch bei den Tomaten gilt, heute geerntet und morgen im Gobe-Laden. Schweizer Tomaten, volle Sonne und Vitamine. Bei Gobe zu den günstigsten Tagespreisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe Goldstar Rahm Glacé Gournets, Vanille, Erdbeer oder Haselnuss statt 1 Franken für nur 75 Krabben. Gobe-Fleisch-Basteten, Delikatesse, Kalbfleisch oder Schinken, drei Dosen nach Wahl statt 4,5 nur 3 Franken. Ein Liter Gobe-Mineralwasser statt 50 Krabben, jetzt 40 Krabben. Gobe-Joghurt im 500-Gramm-Bächer, Natür statt 1 Franken nur 80 Krabben und mit Früchten statt 31 nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Schweizerkrise ist Kilo nur 33. Dann noch der aktuelle Preisschlager. Bei Gobe gibt es jetzt die Bratpfanne Toskana mit Lüftungsregler und Teflon-Silverstone-Antihaftbelag für nur 29 Franken. Auf Wiedersehen!